In diesem Video zeige ich dir, wie du einstellst, dass du auf WhatsApp Nachrichten lesen kannst, selbst wenn diese gelöscht werden. Dafür musst du in deinem Gerät zuerst in die Einstellungen, dann in die Benachrichtigungseinstellungen, daraufhin je nach Gerät eventuell noch in die erweiterten Benachrichtigungseinstellungen und dort musst du dann auf die Einstellung Benachrichtigungsverlauf. Diese Einstellung musst du einfach nur anschalten und ab diesem Zeitpunkt werden alle Benachrichtigungen, inklusive denen von gelöschten Nachrichten, hier angezeigt.